er sagt Prozent ja ich hab' gar nicht aufgenommen das Start jetzt einfach ist er nicht so gut als uns mehr rum die Hörer die haben schon einen halben paar mehr als ich vier Minuten aber mehr ich glaube das ist das ich glaube das ist dann auch die letzten Part nicht aufgenommen habt sondern das ist es durcheinander kam mit Aufnahmen und Dings ich habe ich die letzten Porto auswärter noch mal nachschauen ja notfalls bis die Folge von uns äh in Kinders haut die Kakteen haut die Kakteen kaputt unbedingt das gibt Wasser glaub ich oder? war das so? ja Kakteen geben Wasser wir brauchen davon Allmas das heißt wir müssen Kakteen anpflanzen ja also du die Setzlinge dann tust du auch Kakteen mit anpflanzen ich hab ja auch schon Kakteen Setzlinge also wir brauchen Kakteen und Möhren wir brauchen Möhren ohne Ende kann ich denn alles machen wenn ich mal das Feld fertig gearbeitet habe ist ja jetzt zur Zeit steht ja alles bei uns bis Kreuz und Querdorben ja wir haben ja Zeit genau Kupferprobe ist es mir nicht ist egal alles wird genommen ich hab schon gesagt wenn wir unser Lager erstellen da hinten am Haus im Berg haben wir auch genug Platz dafür machen wir es einfach mehrstöckig und dann wird das schon aber es ist richtig schön gemütlich ich hab auch gefühlt du blöder scheiß Arschloch ey blöder scheiß Arschloch blöder scheiß Arschloch ja wenn ich jetzt Deutschlehrer wäre würde ich kotzen wenn ich kotzen würde das stimmt oh ne Schiene sollen wir die mitnehmen beißen was Holzküste oder weiß Schiene weiß Holz Schiene was rot nicht Stiehle Schiene ja ich spring mal hier runter yay okay geil oh ich brauche euch hier unten bitte weil hier unten habe ich keine Chance oh wieso fliegelt sie fliegelt sie aber ja der hätte doch einfach nach meiner Nummer fragen sollen ja warte was ja warte ich bin auf dem Weg hui ey wo da warte geht mal weg geht mal weg ich hab Spaß ich hab Spaß mit hurray langweilig was oh die Laternen mitnehmen den nimm ich bitte ist toll die Laternen die kann in der Haus Onkel guck mal ich hab ne Bomsebiene komm mal mit guck mal ich hab ne Bomsebiene hui alles macht ja gar kein Dämmel ach quatsch jetzt hätte ich die auch schon lange genutzt ähm ich hab ne geile Idee geht das schade ich dachte man könnte die Schienen abmachen weil man kann ja auch einen Wagen abcraften und dann dementsprechend äh eine eigene Schiene legen ich weiß nicht ob man Schienen machen kann dann mach mal hin das Haus so ne Schiene und dann können wir dementsprechend dann in ähm in unser Lagerfaden Alter du machst das die ganze Zeit nein oh ne Kiste 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 und war uns gut dabei Heildrang, Steinblock, Feuerschriftrolle grünes Portalsteinfragment oh grünes Portalsteinfragment das brauchen wir erst später egal aber was haben wir mann hallo oh geil das hast du dir freigelegt äh ich was da hast du dir das freigelegt da ist es gibt schöne Sachen aua ich hör doch mal an von dem scheiß Ding her um zu geil äh ne das ist die Mardy hinter dir ne du hast gerade wieder du machst dir alles wieder kaputt ich war doch gar nicht da du Affe da warst Nero was der kann doch gar nichts kaputt machen das war die Mardy hinter dir ja natürlich der kommt aus die Mardy schießt hat sich ganz ganz schnell hinter mich portiert und hat irgendeine Granate rausgeworfen mhm genau ich sag dazu jetzt gerade noch gar nichts nur von Achtung geben das steht mal an der Stelle und zack wird runtergesprengt ach was also was ich mach's jetzt euch dunkel das war's doch Nero ach was ich will die Laterne äh 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 ähä stewardship hier ist äh Loch tief äh du bist du? Scheiße ja ich warte ich grab mich gerade wieder nach oben hörste doch wo er ist Loch tief scheiße Ja komm doch mal hier runter, komm doch mal, Nero, du Affe, komm doch mal mit, hier, fall mal hier runter, fall mal hier runter und denk mal wo du bist, ja, ist dunkel, fall du mal hier runter und denk mal wo du bist, hä, ja, ach du scheiße, was ist das denn, nein, du brauchst die Kralle, sonst kommst du bis zu drei Stunden da dran, nein, nein, computer sagt nein, nein, die brauchen ein neues Passwort, Mein Penis, ihr Passwort ist leider zu kurz, Ernsthaft, Noxy ist ein Erfahrungsträger, ja, ist doof, oh Mann, das tut doch schon weh, genau, sag du's mir, ich, ich, ich muss mich ja nicht hören, Ach, du Kacke, ähm, schwammzamm, 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 gulli 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 gulli, schwarzamm, zamm, 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 so, ja, super, ähm, Ich bin doch ne ganz komische, doofe Welt, kannst du alles, ne, Ressourcen, ich find hier unten Ressourcen, allmast, geil, ich bin Level 11, wuhu, Ja, mich stören immer die Levels, wenn's dunkel wird, ja, das ist dann aber bei jedem Level so, ich weiß, ne, schwarz, eigentlich, so, wenn's dunkel ist, Ich geh darauf jetzt nicht ein, echt, da hab ich grad gehört, dass du darauf nicht eingehst, mit dem Satz, du gehst darauf nicht ein, Was? Richtig? Ja, ne, aber mach dir keine Gedanken, das ist einfach, äh, Das ist hessische Logisch, äh, Logik. Es muss so, es tut so weh, aber es muss so. Oh, was ist das Gefühl? Aber ich hab das Gefühl, nur uns tut das weh. Die Stopp sagt, ich muss mich nicht hören. Das ist der kleine, aber feine Unterschied zwischen uns. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Level 12! Ja, ich auch gleich. Bin so gut, bin so schön, bin der Neros Portal Knight. Ah, sorry, da kam mir grad ein bisschen Speichel hoch. Oh, Würmer. Ich bin froh, dass es bei dir nur ein Speichel war. Ja, ich wollte das andere jetzt nicht sagen. Hast du dir schon mal was gebrochen? Oh, Sabine, mh, mir kam grad mein Konrad-Stand von gestern wieder hoch. Ja, Kartoffeln und Eier. Musstest du dich schon mal vor Eiern übergeben? Ja, seitdem ist es keine Eier mehr. Ernsthaft? Mhm. Warum? Du hast keine Kartoffelpuffe. Oh Gott! Sag, was für Kartoffelpuffe? Ich frag mich grad, ich guck jetzt grad hier, Zinderella, kannst du mal ganz kurz herkommen, bitte? Warte kurz. Was denn? Und zwar, wenn du jetzt hier runter guckst, wenn ich jetzt hier in die Ecke gehe, waren wir da unten schon, weil das da unten leuchtet? Oder ist das irgendwas im Raum oder so? Äh, da unten ist es wahrscheinlich irgendeine Fackel, aber ich würde da jetzt nicht runterspringen, dann bist du tot. Nee, bin ich nicht. Achso, es geht so. Oh! Ich mach mit. Gelber Portal, Stein oder was das hier ist? Nee, was, wie, wie nennt sich das Ding? Äh, nee, das ist eine Lampe, einfach nur, weil die Kiste hier unten ist. Guck, da. Oh, scheiße, Magma-Made. Sack, der, Sack, der, Sack. Ich find den Gang und der holt sich die scheiß Kiste. Ich hab doch gar nichts, es wurde von der Magma-Made angegriffen. Du hättest ja auch kurz warten können. Hier, Palmblatt. Habt ihr vorhin so auf mich? Oh nicht gewartet, Mann. Palmblatt, 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 wo? Bis jetzt hat immer die Zinderella alles kaputt gemacht. Gar nicht. Ich hab halt nur, äh. Wie viele Palmblätter hast denn du? Oh mein Gott. Ja, ich brauch sechs Stück für ein Leinblatt. Äh, für ein Leinblatt. Ah, zwei Stück, geil. Da gibst du die Handschuhe. Du oder was? Und wirklich nichts. Ja, weil ihr kein Palmblatt braucht. Ihr braucht Schuppen, Kupfer und, äh, äh, Holz. Wir brauchen Eisel. Ja, ab sofort, glaub ich. Ähm, ja gut, haben wir das abgegrast. Wir müssen hier raus, irgendwie, ne? Ja, am besten, wir portugieren uns selber weiter. Das wär natürlich ne Idee. Erstmal wieder heim. Was hast du, Nero? Auf weg hier, Alter. Alles klar, erstmal wieder heim, auslernen. Ich hau mir noch eine neue, äh... Aber dann gehst du nicht zum Pass. Ja. Das dauert eh nicht lang. Von daher, ist alles gut. Haben wir vor fünf Parts auch schon gesagt. Ne, das vor fünf Parts war ich der Fall da. War ich da? Keine Ahnung. Wir drehen hier schon seit Stunden unsere kleinen Runden... Ey, was will das Vieh in meinem Feld? Nichts haben! Wasser! Wasser hab ich genug gesammelt. Ich auch. Wasser, Wasser. 15 Wasser. Ja, so gut, haust du im restlichen Wasser. Jawohl, ich hau's rein ins Wasser. In der Kiste? In der Kiste. Nein, der wüsste, was ich brauch. Hm? Säune. Ach, ne Kiste. Ich sag ihm, wir brauchen mehr Kisten. Du kriegst ne Kiste. It's all about the Kist, about the Kist, didi. Kack, du hast jetzt hier. Ach ey, Leute, 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 ihr habt ihr überhaupt... Ach, das ist doch wieder mein Inventar. Mann! Ich rieb mich schon mal auf, was ihr von schlechten, von schlechten Kisten habt und bin mein Inventar. Okay, ich glaube, du bist so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, ich will nicht sagen, verwirrt, aber ich glaube, du bist ein bisschen verwirrt. Onkel, das ist unser Akrobäby. Die Hälfte von dem... Also die Hälfte von der Kiste, die du da hast, ist auch hier in der zweiten von links, ne? Sind der Rennaham. Da, der rechten Kiste ist und deine Palmenblätter. Ach, geil, Palmenblätter. Jetzt kann ich mir einen wedeln. Hahaha. Äh, warum... Gibt es Gründe, warum ihr die Portalsteine nicht gleich verbaut? Äh, ich hab nicht genug und außerdem, ich hab's einfach in die Kiste getan, damit man das erst mal sammelt. Ja, es gibt halt eine Munde, was in der Bunde. Die Frage, ob hier überhaupt Kaktusse wachsen. Kaktusse, ernsthaft. Kaktusse. Mann, geht mir heute nicht auf Sack von dem, was ich sage und mir verbessert bin ich jedes Mal, ey. Kaktusse, ey, du bist ne Kaktusse. Hahaha. Onkel, soll ich dir mal den Wind aus den Segeln nehmen? Warum? Tu's so? Sag mal die, sag mal die Mehrzahl von Globus. Warum willst du mir da Wind aus den Segeln nehmen? Weil du gerade Nero auslachst. Ich lach doch nicht Nero aus. Doch, ihr lacht mich alle aus. Ich mach gar nichts. Ich bin heute irgendwie ein sprachlicher Krüppel, mein Gott. Basaltschleifstein. Und hier hab ich, was ist denn Basaltschleifstein? Ich weiß nicht, was den Unterschied hat. Basalt und, äh... Veredelter Flammenrubin. Ja, wie geil ist das denn? Stellt mehr, mehr, äh... Deutsch wieder her von der Waffe. Okay. Wir brauchen auch 20 Basaltschleifstein, um unsere Schmiede weiterzumachen. So, ich hab das Gedönse, das Gedönse, das Gedönse. Äh, ich hab da zu viele Steine. Ey, wir brauchen unbedingt noch eine Steinkiste. Ne Steine haben wir doch hier hinten drin in der Küste. Welche? Blöcke. Ja, aber da kannst du ja immer dazu, glaub ich, 40 Stacks oder sowas machen. Das ist zu wenig. Ich hab allein noch, Moment... 53 im Inventar. Ne, ich top, topsi rum. So. Also, sagst du, jetzt fertig mit der Küste? Darf ich auch mal, Moment? Ja. Ich hab dir jetzt noch eine Küste gehabt, dann. Noxie? Ja, ich bin hier gerade auch noch rumwursteln, Mann. Och, was schau denn dir um mich ja jetzt die Küste zählen voll, Alter. Geht's noch? Spaten, welche du seist. So, von mir aus können wir. Daher bin ich zu erinnern. Ich brauch eine Küste. Junge, hörst du ja ungefähr nicht zu. Mein Gott, ey. Ja, was kann ich denn dafür? Da sagt er, da reagiert sie komisch. Ich brauch doch selbst Kisten ohne Ende, aber das muss Lager erstmal fertig werden. Das ist kein Argument, Junge. Junge? Ich brauch eine Küste für mich hier draußen. Ja. Und? Dann mach dir doch eine. Ohne soll ich deine bauen? Ja, mach auch bitte eine. Ich brauch die in der Küste. Noxie läuft hier lieber im Kreis, als mir mal zu helfen oder seinen Job nachzugeben. Ach komm, alles ob. Ich hab allein in der vorletzten Folge drei Level, also ich bin allein drei Level aufgestiegen, nur weil ich für euch irgendwie so komisches Zeug gecraftet hab. Ist das schön? Das, dass du dich freust. Nein. Natürlich nicht. Das ist ja auch toll. Aber, hä, wir brauchen das. Wir brauchen erstmal genug Kisten, beziehungsweise brauchen wir erstmal Lager. Sonst haben wir doch 50 Euro Kisten. Ich brauch kein Lager. Ich brauch hier draußen kein Lager. Ich brauch hier draußen eine Samenkiste. Die sind voll. König Samen. Ja, ist ja gut, aber... Wären jetzt sogar noch zwei. Ohne Scheiß, was hast du denn noch Samen da drin? Da kommen ja noch mehr, geil. Wenn ich die Felder da gemacht, kommen hier noch mehr Samen rein. Ja, aber zum Beispiel die Bären, die brauchst du doch, geil. Die sind doch überhaupt keine Samen. Okay. Ja, dann tu doch die Bären raus, dann hab ich einen Platz frei. Wow, du Held. Du sagst, du brauchst Zäune, Alter. Du hast hier noch 20 Zäune drin. Ja, die sind doch sofort verbraucht, Junge. Wo darf ich denn die Kisten hinpacken? Direkt daneben. Hier daneben, links daneben. Warte mal, willst du direkt auch wieder so da hinsetzen, weil ich weiß nicht, ob du dann gut an die Hinnere drankommst? Ich hätte sie jetzt spitz gemacht. Was? Kopf. Oder so. Haben wir uns jetzt alle wieder abreagiert. Ey, wir sind doch locker. Dankeschön, Nero. Du, gerne. Wenigstens bist du ein Teamplayer. Boah, Alter. Übrigens, falls einer ein bisschen Leben braucht, der soll sich einfach die Bären mitnehmen, weil die Bären heilen. Genau, genau, Neroxie, hilf uns nicht. Sag einfach, nimm doch das bitte, das bitte, hast du sein. Hey, Alter, wir haben keine Möhrenzweiter an der Hacke. Das ist doch nicht wahr, ihr? Wir müssen irgendwo hinreisen, wo wir Möhren haben. Na, hier ist doch ein ganzes Feld voll Möhren, Jöde. Die sind doch noch gar nicht reif, du Affe. Doch, hier hinten die. Hier hinten ist reif, hier hinten ist reif. Junge, das ist ein Baum, der da wächst. Ach, sind sie jetzt doch reif, ja? Mhm. Okay. Ja, zwei, die restlichen 50 Stück sind nicht reif. Und du brauchst allein vier Stück oder sowas. Ach, ihr seid so reif. Als Maul. Ist egal. Mach dein Ding, ich mach sowieso das Feld. Ich hab dein Ding. Ja, so kannst du natürlich erst mal Tschüss sagen. Ich mach ja nur. Ich hab keine Ahnung, bei mir ist keine Zeit, weil wegen meinem... Ach, nee, Quatsch, nee, 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 wir machen ja vier Minuten länger, damit's passt. Nee, 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 ist gut. Nee, ist mir wurscht, ganz ruhig. Nee, ist nett. Wir machen jetzt, würde ich sagen, Schluss und dann fangen wir an, direkt in Bossebekämpfung. Das ist extrem verwirrend, was du gerade vorhin gibst. Also im nächsten Part werden wir uns rüber portellieren zum Boss. Aber wer hat denn jetzt eigentlich angefangen? Wer ist denn dran? Du. Ich? Eigentlich du, ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, liebe Leute. Dann werden wir im nächsten Part den Boss besuchen und diesen besiegen. Freut euch drauf. Wir sehen uns da. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.